Laura Müller und Michael Wendler schweben im Babyglück. Seit mehr als vier Jahren sind die Influencerin und Erschlagerstar ein Paar. 2020 krönten die beiden ihre Liebe mit ihrer Hochzeit und leben seitdem gemeinsam mit Michas Tochter Adeline Norberje als Happy Patchwork-Familie in den USA. Jetzt sorgen die Turteltauben für den absoluten Hammer, Laura ist schwanger, die Wendlers werden Eltern. Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die Beauty die süßen Neuigkeiten mit einem gemeinsamen Foto. Auf dem Bild posieren die Eheleute stolz für die Kamera, Michael hält dabei grinsend ein Paar Babyschuhe hoch. Zu der Aufnahme schrieb Laura, Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Weitere Infos zur Schwangerschaftswoche oder andere Details gab's jedoch noch nicht preis. Die Fans der Wendlers dürften von dieser Verkündung mehr als begeistert sein. Immerhin hatte es schon oftmals Gerüchte gegeben, das Paar erwarte gemeinsamen Nachwuchs. Wenn es nach Michael gegangen wäre, hätten die beiden das Thema Baby schon kurz nach der Trauung erledigt. Du weißt ja, in der Hochzeitsnacht werden Kinder gemacht, hatte er 2020 in der gemeinsamen Doku gegenüber Laura gescherzt. Bis zum nächsten Mal.